herzlich willkommen zu einer weiteren folge mit dabei ist wie immer stinknase alias kanto halt soll ja auch dabei sind wieder die bauern aus münchen wir sind in liga 3 angekommen wieder dass dieselben nein das ist die selbe online aber irgendwie lässt sich das spiel wieder kapieren habe ich kein thema nehmen lassen kann ich nur er kann wirklich nichts noch lang nach ihnen lang ist oder hasse was ist das das ist ja komisch probiert wie wir aufgehört haben heißt genau als es hat wirklich so entspannlich ich bin erst mal entspann noch boah nein shit ich krieg wieder passen und die laufen wieder nicht oh das habe ich gerade auch gehabt was war das denn für ein kläglicher versuch das ist komisch das ist ja guck dir das an mann oh mann oh mann vor allem ich habe gepasst und dann zum bayernspieler oder was ja jetzt ne 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 mann jetzt warte schön ja john halt ne ja der johns nicht nein ach lull ey ach 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 tücker ach tücker hast runter hab ich gedrückt aber nix an entspannt 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 nach nach hab ich hab ich hab ich oh oh scheiße man das hab ich nicht dran shit das ist schon flach gemacht dann hätte ich gehabt ja ok erstmal raus oh mein gott kevin alles cool drück ich lol pass nein ich hab auf schießen 30 mal gedrückt dann hab ich kurz auf passen gedrückt weil ich mir gedacht hab so ne nicht aus der drehung oh der war schön ja das war ein guter schuss ne und äh ja auch auch ich hab auch zu sch sch die sind ja die die Achso, Müller gewinnt gegen Zagadou oder was? Mhm. Wir reden. Mach runter. Dann mach ich halt runter. Gut. Dann sind wir uns ja eigentlich. Jetzt! Na! Ja. Boah! Mann! Er hat sich den so behindert vorgelegt. Schade. Ah, schade. Obst du ich's? Uh! Lol! Alles versucht durchzupressen, was es ging, Alter. Ja. Was ist so ein geiler, Digga? Alles gut, alles gut. Bürki macht auf Ehre. Boah, belastend. Ja. Ja. Hallo. Ach, lol. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ja, okay, dann gehe ich hin. Was? Boah, der gab was an Pass. Preemium. Schnellpass. Ja, zu spät. Das ist gut. Wir machen dir eine entspannte Version, außer du machst ihn nicht rein, dann natürlich nicht. Ja, halt die Schnauze. Hättest du Schnellpass auch gemacht, hätt ich ihn reingetan. Na, hättest du ja jetzt auch machen können, aber da hast du ihn ja auch nicht reingetan. 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 Oh. Oh. verstehe ich manchmal nicht die pässe ich auch nicht okay das an den schön aber gut schönes dinge danke ja schönes dinge ich musste nicht mehr machen ich verstehe sowas nicht auf dem jahr mit dem mist noch mal an erst mal weg perfekt jetzt man hat sich ja ach quatsch laber als mole war wie spät er reagiert die taste schon vor seinem trick überhaupt gedrückt alter und der reagiert erst danach sind ein tag zurückzuziehen dann kriegt er den ball genau oder nie ok schön reingestellt warte 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 das immer warte warte als mole weg ja ist halt wirklich so ja wenigstens war ich dich mit dem warte vor mal du lachst einfach in den ball guck dir das an Oh mein Gott Oben Oh mein Gott Schade, Mann Das wäre so verdient gewesen, Mann Ich glaube, wir wollen ein bisschen wechseln Machen wir auch mal Voller Offensive Soll ich nach vorne Ja, wow Die anderen nach vorne Ja, nach vorne laufen Oh, guck dir das an Wie viel Lack die dann dabei noch haben Und da rauskommen Jetzt kommt er, oder was? Geh mal ran da mit einem Ja Um Ja Ja, schön Um Ja Nein Guck dir den Scheiß an Das ist genau das, was ich meine Das ist total komisch Ach Mann, Sancho Lauf doch durch, Mann Hast du Nochmal Ja, komm Hast du Komm, hin Hoch Oder nach vorne Ach, schön, Alter Nice Runter Runter Warum passt du denn nicht? Nochmal, Reus war so krass frei Allein vorm Tor Ist nur ein Joke, Alter Ja, was denn? Er war so krass vorm Tor, der Reus Oder Brand Wie auch immer Kannst du sagen, Reus hatte ich, Alter Und ich hab mit Reus geballert Ja, warum hast du nicht auf Brand gepasst? Er stand gerade vorm Tor Ich hab nur noch einen Tunnelblick gehabt Hab ich gemerkt Ich so, pass und du schieß 20 Minuten später schießt du einfach Ja Ja, aber scheiße, Mann Naja, ich nicht Ich bin Dickel, tschüss Fick mich Richtig am Rumlösen Guten Spaß Kurzer Break Und dann Partie Nummer 2 mit diesem Lappen hier Was geht ab, Leute? Willkommen zurück aus der Halbzeitpause Wir spielen, glaube ich, schon wieder gegen die Bauern Das war es hier Ja Ja, wieder gegen die Bauern Also, let's fährt's Boah, close Warte Oh, no Ja, ich hab's schon gedrückt gehabt Hast du Kretsch Schade Tor Ach, das sind dieselben übrigens Nice Ach, komm Mach mal Zack Scheiße Feier ich nicht Ja, halt's mal Krass Krass, wir liegen noch nicht zurück Loll Wenn du noch ein hinter dir siehst, dann passt einfach Okay Wenn hinter mir sehen Ja Über Ich hab auch ganz gut gepasst Und da kann noch einer hinter dir angelaufen Was ist hier noch? Ja, lass ich nix Mal durch Was für durch? Einfach nochmal kurz hochpassen oder so Oh, du keck Du bist ein keck Ja, lass ich nix mal einfach durch Ja, wenn du sagst, da ist noch einer gewesen Nicht unter dir Über dir Also quasi Bevor der bei dir ankam Links von dir Oh, die haben eine rote Mach mal auf den Hinter der Mauer den Ob du den Zahn Wenn du sie bekommst Boah, Fotzen Wird überhaupt rot bekommen Aber Keine Ahnung Mich schon nicht Die sollten ja alle rot bekommen Keine Ahnung Vielleicht sollte er dem Krieg eine Blasen hat, aber nicht Wacht hat dafür rot bekommen Finde ich aber toll, dass wir diesmal in Dortmund spielen Ja Gefällt mich schon viel besser Also wenn wir da machen Dann versuche ich irgendwie reinzufinden Ich habe geflammt Ja Oh, du kriegst ihn auch noch Total klasse Richtig gut Oh, no, 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 oh, nice Oh,lair, danke Oh, oder so ich verstehe sowas nicht krieg ich jetzt mal ein da vorne es ist zum kotzen ich weiß warum wir das spiel nicht mehr gespielt haben ich auch vorher sagen können ob man lupfen weil er rausgepusht ist scheißegal das ist neuer egal wie kannst du nicht so flanken oder so unten alles frei und über dir ist der gegner und du passt nach oben so passen können da habe ich ja aber er hat gegrätscht und noch mal rot ich habe nach oben schäfers gemacht und dabei hat er gegrätscht ne du machst hier nicht rein alter wieso bin ich denn jetzt ruhig keine ahnung noch mal schön selber schuld wenn man so großkotzig wird na ja geht mal raus kiddies er hätte so müssen können einer was weiß was ich gemacht habe ein bisschen gefallen ja leider aber ich habe aufpassen gedrückt dann hat er gekriegt ist er bald nicht geflogen und haaland auch steht er und jetzt komme ich leider nicht dran aber egal 0 das quasi ich darf mal ein bisschen bei will ja wie sie sieht das dabei ist jetzt wieder Ja, Bruder, hab ich gerade gesehen, Sohn. Schön. Was? Hä? Das ist neuer, warum versuchst du zu lupen? Das wär krass gewesen. Außerdem war das zu viel Power, du machst ja immer zu wenig Power. Das stimmt halt wirklich. Das stimmt halt wirklich. Ops. Black Ops. Black Ops. Black Ops. Black Ops 3. Unten. Abseits, oder? Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Abseits, oder? Schön. Schönes Ding, Alter. Jetzt gehen sie raus, die Kiddies. Hoffentlich. Wir gucken uns das mal schön an, ne? Ja, sicher doch. Sehr schön. Oh, Lul. No problemo. Schön. Nein, shit. Das ist wirklich ein Problem. Abseits. 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 Abseits sind sie weg. Chemistry 4, 9 momento. 1 Minute. Ja, Schade. schade jetzt gibt es auch noch frei abschluss das neue update ab jetzt auch mit abstürzen alle keine rote kassieren jetzt hier sonst jetzt wieder auf ein sexy in der witt ich habe nicht doch damit gerecht hast du abspielen was ich habe geschossen ich bin ja nicht wie du so mehr kommt das haben wir gerade gesehen wir haben sich früher nicht umsonst mister egoman getroffen genau also ja eine ekelhaft 14 zu einschüssen und davon zwölf aufs tor und davon hätten alle zwölf drin sein müssen gesundheit danke wo ich noch bitte ja machen wir noch eine gute taktik besprechen war auf jeden fall das spiel wieder so komisch an so dass wir es reingelaufen kein problem alter es sucht hier was los oh man lol crazy ey aber drei rollen hinterher machen sagen so macht mehr sind holland ja fängt ja wirklich an alle anbis los steht wohl ja nicht und dann scheiße und dann kamen scheit raus scheitert ja ja wir spielen jetzt nicht mehr so krass nach vorne das kostet mich ja voll an ich habe auf mitte gespielt also meine mitte sieht aber anders aus das ist wieder blödsinn was wir hier machen vielleicht jetzt wird es peinlich ja 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 kommt zwei stück noch dann haben wir gewonnen danke und sagt zum gegner wasser kevin ja ich kann es dafür ich weiß auch nicht mehr dass er ihn gebaut hat dieses ding und weil ich warum ja vielleicht so sehr schön stimmen und jetzt gehen sie ich auch na doch die die kleidmebis raus müssen sehen wir ja kommen wir wechseln jetzt auch mal hier ich meine das ist gleich zehn vor zehn zeit fürs bettchen zerwechslung Oh mein Gott, du Bastard, Alter. Sorry. Alles gut? Bis dann. Hey, 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 nicht so toxisch. Okay, entschuldige, du warst. Sorry, Missgeburte. Hättest du da dazwischen die Pause noch ein bisschen gelassen, dann wäre es noch stilvoller gewesen. Aber du kennst dich ja nicht mit Stil aus. Ja, sorry. Du Huren. Oh, bist du scheiße, oder was? Scheiße. Ich wollte mal den Kevin machen. Alter. Schade, hat nicht geklappt, wie ich wollte. Nicht wirklich, ne? F***. Kein Problem. Bist du scheiße. Mann! Oh mein Gott. Bist du scheiße. Oh mein Gott, bist du scheiße. Kein Problem. Bruder. Ja, das war sehr schön von Akanji. Nein, mein Spiel hängt! Hi, ich bin zurück. Mein Spiel hängt gerade. Krass. Herr Schöner, Schöner passt zu mir selbst, Alter. Ich spiel so auf dich. Du so, ne. Ich so, okay, dann nimm ich ihn wieder. Ja, okay, dann spiel halt nicht ab. Nein. Das war für die Statistik, you know. Hm. Ich geh locker mit 20 Schüssen hier raus. Ein Tor mehr wird auch geil. Mann! Mann! Komm, jetzt auch noch eins. Nee. Scheiße. Egal. Gut, Leute! Mit diesem bombastischen Ergebnis würden wir die heutige Folge jetzt dann beenden. Wir sehen uns in der nächsten nächsten Video. Bis dahin. Hallo. Also, wir sehen uns mal.